Hallo liebe Freunde, und ja, nüsst ein Uploadplan, ja, eins vorweg, es fehlen zwei Videos, ich weiß es, und zwar habe ich es nicht geschafft, diese Woche diese zwei anderen Videos hochzubekommen. Ja, ähm, was aber daher bedauerlich ist, dass der Computer wieder funktioniert, das heißt, es sind, das war es in Höhe, ist wieder grün, bei Juveit muss man mal sehen, was weitermachen, weil, ja, habe ich das jetzt mal noch just for fun, jeden Wagen aufzune, weil ich diesen Nachfolger, und, ja, wie gesagt, äh, der A-Marsch geht auch wieder weiter, ob die jetzt regelmäßig kommen, das weiß ich auch noch nicht, weil das wird ein bisschen schwer jetzt in den Kopf nehmen, aber ich versuche jetzt wieder dran zu sein, ja, dann hat sich hier noch wieder etwas geändert, neue Daten, und sonst eigentlich nicht außer Helicopter, Walkthrough, ist auch erstmal gestoppt, ja, Ja, soweit ist das erstmal von mir, von meiner Seite, und dann werden wir sehen, falls jemand Ideen hat, für das Spiel hier, Juveit, ja, gerne Vorschläge machen, weil das Problem ist, die Motivation ist ja nicht mehr wirklich so hoch, nach dem Absturz, und, ja, das wird jetzt einmal komplett durchgezogen, hier was eigentlich, damit es nicht mehr weg ist, ähm, die anderen, die sind immer mit coming, da sind wir mal gucken, dass ich mal, länger mal auf den Platz, weil ich hoffe, oh, ich hab ja auch noch hauptenweise, Wunsch, wünsch dir was, ja, da sind leider zwei Videos nicht gekommen, ich versuche jetzt wieder eins zu halten, aber ich bin jetzt mal froh, dass alles wieder auf grün ist, beseitig auf die beiden hier unten, und ja, deswegen, seit dem 1, bis denno, und, wir sehen uns wieder, in einem Let's Play.